Evergreen-Technologie. Wirklich nachhaltig oder nur ein Slogan? Sie haben vielleicht schon von dieser einzigartigen Comment-Intercom-Technologie gehört, die besonders kostengünstig und umweltfreundlich sei und deren Systeme jahrzehntelang voll einsatzfähig bleiben. Stellen Sie sich vor, Ihre Systeme würden immer auf dem neuesten Stand bleiben und müssten so gut wie nie getauscht werden. Ernsthaft? Ist es nicht viel erfreulicher, alte Technik einfach zu entsorgen, sobald eine neuere auf dem Markt ist? Raus mit dem alten und rein mit dem neuen, nicht wahr? Und angenommen, Sie sind für die Sicherheit wirklich kritischer Infrastruktur verantwortlich oder einer ganzen Smart City. Ist es nicht Stress genug, sich ständig um sichere und effiziente Abläufe kümmern zu müssen? Wollen Sie sich da wirklich auch noch den Kopf zerbrechen über Probleme von morgen und zukünftiger Generationen? Klar, da gibt es diesen ständig wachsenden Berg an Elektroschrott. Aber gibt's da nicht Müllexperten, die sich darum kümmern? Als ob Sie Zeit und Nerven hätten, sich auch noch um den CO2-Fußabdruck und die Klimabilanz zu kümmern. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Natürlich muss die Zukunft grün sein. An Nachhaltigkeit führt kein Weg vorbei. Aber echte Ökoeffizienz ist nicht leicht. Doch wenn man es wirklich ernst meint, bietet sie auch große Vorteile. Langfristig kann man damit auch richtig Geld sparen. So wie mit Evergreen-Technologie von Comend, mit der auch bestehende Systeme sicher, verlässlich und evergreen bleiben. Und mit ständigem Cyberschutz, weil Software sich ständig weiterentwickelt. Und das ja für Malware genauso gilt. Entscheidend dabei bleibt, der Bedrohung immer einen Schritt voraus zu sein. Egal wie alt Ihre Comend-Lösung ist, durch die Evergreen-Technologie bleibt sie resilient und ständig erweiterbar. Stellen Sie sich vor, keine Störungen, keine Kompatibilitätsprobleme oder unzugänglichen Altsysteme mehr. Mit der Comend-Evergreen-Technologie bleiben Sie stets abgesichert und nahtlos mit der Zukunft verbunden. Also vergessen Sie ärgerliche Systemausfälle. Berge an Elektroschrott oder explodierende Kosten durch Neuanschaffungen. Mit Evergreen-Technologie entscheiden Sie sich gleich für beste und zuverlässigste Systeme. Profitieren Sie von den niedrigsten Gesamtbetriebskosten der Branche. Mit Trusted Communication Always. Nachweislich belegt durch unsere Zertifizierungen und regelmäßigen Audits. Comend-Evergreen-Technologie – die beste Investition in Ihr Unternehmen, in die Umwelt und die Zukunft. Wir verbinden Generationen seit 1971. Profitieren Sie von den nachfolgenden